Dr. Matthias Riedl, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungs-Doc und Elisabeth Jessen. Wir reden hier ja schon ein bisschen länger über gesunde Ernährung und jetzt ist die Frage, müssen wir umdenken? Es gibt nämlich neue Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und mit diesen Empfehlungen wollen wir uns heute mal befassen. Ich bin Elisabeth Jessen und ich habe wieder meinen Studiogast Dr. Matthias Riedl. Herzlich Willkommen. Moin. Herr Riedl ist Ernährungs-Doc, ihr kennt ihn alle. Er ist ärztlicher Direktor des Medikum Hamburg. Er ist Chefredakteur der Zeitschrift Isst Dich Gesund und er hat auch die App MyFoodDoctor entwickelt. Und mit ihm will ich heute diese neuen Empfehlungen diskutieren. Müssen wir denn jetzt wieder alles neu lernen und umlernen, Herr Riedl? Ja, das hört sich fast so an. Nein, ist es nicht. Also tatsächlich ist es so, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ist ja eine Fachgesellschaft, die Studien analysiert und dann gemeinschaftlich zum Ergebnis kommt, was ist gesund und was ist nicht gesund für uns. So. Und ich finde das, was sie jetzt empfohlen hat, im Großen und Ganzen alles sehr gut. Da müssen wir auch im Einzelnen nochmal drüber reden. Aber letztlich ist aber diese Ei-Politik, diese Ein-Ei-Politik, nenne ich die mal, die ist im falschen Halsgeraden. Weil das war nachher das bestimmte Thema in den Medien. Nur noch ein Ei, was ist los? Ja, what the fuck, darf ich jetzt nur? Und dann kam schon wieder so ein bisschen, wir nennen das in der Psychologie Reaktanz. Das heißt, wie jetzt? Ich lasse mir mein morgendliches Ei nicht nehmen. Genau. Und damit, muss man sagen, war diese ganze Diskussion und das, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung Gutes meinte, ich sage mal, daneben gegangen. Weil alle haben nur noch gesagt, ein Ei. Und die sonstigen Aussagen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sind gar nicht richtig durchgekommen. Sie haben meine Frage vorweggenommen. Ich wollte natürlich mit dem Ei auch einsteigen, weil das ist ja das, was, glaube ich, wirklich alle mitgekriegt haben. Man soll nur noch ein Ei am Tag essen. Aber das ging natürlich deutlich darüber hinaus. Jetzt sagen Sie, ja, das ist leider alles hinten drüber gefallen, weil jeder hat sich nur noch aufs Ei konzentriert. Also ich muss auch sagen, da sind wir fast auch schon, ist das schon krankhaft? Also was wir, wenn wir über Ernährung sprechen, das war lange Zeit mal so auf das Ei fixiert. Ja, also Eier, Cholesterinspiegel, das haben wir ja vom Tisch. Eier erhöhen ja den Cholesterinspiegel nicht wesentlich oder fast gar nicht oder manchmal sogar senken sie ihn sogar je nachdem. Aber wir können das vergessen. Das Cholesterin-Thema, was die Eier angeht, ist halt geschlossen. Und dann haben wir uns jetzt zu diesem Jahr, ein Ei am Tag ist auch möglich. Ja, waren die letzten Empfehlungen. Jetzt ein Ei pro Woche, das ist jetzt wirklich ein bisschen übers Ziel hinaus geschossen. Weil jetzt hat, was ist der Unterschied, die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, hat jetzt neu auch ökologische Aspekte damit reingenommen. Ja, aber sie ist eine Gesellschaft für die gesunde Ernährung und nicht eine deutsche Gesellschaft für gesunde und ökologische Ernährung. Und da muss ich sagen, liebe DGE, natürlich müssen wir alle danach trachten, uns ökologisch zu verhalten und die Welt nicht zu sehr zu schädigen und nicht zu viele tierische Produkte zu konsumieren, weil die nämlich mit höherem Aufwand produziert werden. Das ist einerseits richtig. Aber für mich als Arzt bin ich in der Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass der Mensch richtig gut ernährt wird. Und dazu gehören leider, so ist das, auch tierische Produkte. Ich bedauere das auch. Aber die artgerechte Ernährung des Menschen braucht tierische Produkte, bestimmte Aminosäuren, aber was noch viel wichtiger ist, Vitamin B12, ohne Vitamin B12 aus tierischen Produkten. Ob ich nun Käfer esse oder Schweinefleisch, wir brauchen irgendwas vom Tier. Und deshalb finde ich diese Projektion auf das Ei deshalb einfach ungünstig. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Tiroler Bäuerin nehme, die hat ihre Hühner im Garten laufen und das ist in Südportugal das Gleiche. Und die essen, was es da so gibt und vielleicht noch ein paar Körner dazu. Dann sehe ich darin kein ökologisches Unglück. Massen-Tierhaltung ist ganz klar, das lehne ich ja auch ab. Aber ein Bio-Ei und gerade wenn ich das auch aufrechne, und das hätte ich an der Stelle der Deutschen Gesellschaft für Ernährung mehr gemacht, weil die haben gesagt, ja, ihr sollt nur noch 300 Gramm Fleisch essen pro Woche und ein Ei. Aber wie ist es denn, wenn ich jetzt sieben Eier pro Woche esse, aber dafür nur 100 Gramm Fleisch oder gar kein Fleisch? Da kommen wir der Sache nämlich viel näher, weil der Aufwand, um Fleisch herzustellen, ist ja ungleich größer als wenn ich dieben Eier. Und deshalb ist das in der Szene nicht gut angekommen und hier muss man sagen, das war sozusagen ein taktischer Fehler auch, den ich so sehe. Haben wir da in der Gesellschaft was erreicht? Weiß ich nicht. Für mich ist im Gefühl die Reaktanz, also das sich Wehren gegen Einschränkungen, das mag der Bürger gar nicht. Ja, so empfindet man es natürlich, weil ein Ei am Tag ist halt ein bisschen weniger als ein Ei die Woche, damit können glaube ich alle gut leben. Ja. Aber ein Ei pro Woche klingt wirklich wenig. Ist dann sehr restriktiv und viele sagen, ach, jetzt lasst mich mal in Frieden mit euren Empfehlungen, ich mache was ich esse. Und hören nicht mehr weiterhin, was wir uns ja jetzt gleich nochmal angucken, was steht denn sonst da noch alles drin in den Empfehlungen. Denn es ist ja nicht nur das eine Ei, aber das war halt so plakativ. Ja, und vielleicht sollte man auch nochmal eine Lanze brechen für das Ei. Okay, so, also jetzt von der Herstellung mal ganz abgesehen, ja, da sind alle Aminosäuren drin, die wir brauchen. Also die Aminosäurekonzentration für die Eiweißherstellung bei uns im Körper ist optimal. Wir haben viele Mineralien, wir haben auch Eisen da drin und wir haben auch Carotinoide da drin, wie Xeraxantin und Lutein. Und wer uns schon häufiger mal zugehört hat, der erinnert sich, aha, diese Substanzen, die kennen wir eben auch aus Mais und Bohnen, die verhindern die altersbedingte Erblindung und sind ein Schutz für unser Auge, für den gelben Fleck, wo wir das üblich, dass das meiste sehen. Und es sind noch viele andere Substanzen da drin, unter anderem auch Vitamin D, was wir ja sonst immer Haut produzieren müssen. Und ein Ei hat acht Gramm Eiweiß und wer morgens ein Ei oder zwei frühstückt, der hat jetzt auch nicht das Problem mit, der hat dann 16 Gramm Eiweiß gegessen und das macht uns satt und verhindert den Hunger, den Heißhunger am Vormittag. Also das Ei so auf einen pro Woche zu schieben, ich weiß auch, die Hühnerfarmer, die haben auch protestiert da und sagen, was ist jetzt? Das sind, ein bisschen ist es so, ich fürchte dann immer Folgendes, weil wir haben ja gerade in Deutschland das wirtschaftlich auch erlebt, da wurde dann die Wärmepumpe zum Nonplusultra, dann wurde sie verordnet und was macht der Bürger? Der sagt, nee, jetzt ist das total eingebrochen, keiner will mehr eine Wärmepumpe. Das ist mit den Elektroautos ja ganz ähnlich, jeder muss, jeder soll und dies. Die liegen jetzt im Verkaufsregal, die armen Elektroautos und ich glaube, dass... Aber die Eier werden jetzt den Eibauern aus der Hand gerissen wahrscheinlich. Ich glaube auch, dass das, ich bin ja gespannt, ob der Eierkonsum nachlässt, aber es ist auch nicht nötig. Leute, esst weniger tierische Produkte, das könnt ihr auch woanders ansparen. Okay, also ich habe schon gemerkt, Sie haben auch eine gewisse Liebe zu mehr als einem Ei in der Woche, das höre ich da raus. Ja, ich ausmahle, ich esse auch manchmal gar kein Ei, aber manchmal... Aber wenn wir uns vom Ei jetzt mal ein bisschen wegbewegen zu den sonstigen Empfehlungen, vielleicht können wir die mal so ein bisschen im Einzelnen betrachten. Ja. Was gibt es denn alles für Empfehlungen? Genau, also die wichtigste Empfehlung, und das wäre mir ja lieb gewesen, wenn das in den Medien also tatsächlich ganz groß aufgearbeitet worden wäre, dass die DGE sagt, 75 Prozent von dem, was wir essen, pflanzlich. Das trägt dem Rechnung, dass wir im Ursprung, das geht ja zurück, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, die artgerechte Ernährung, vor zwei Millionen Waren, waren unsere Vorfahren reine Pflanzenfresser, reine Vegetarier und dann wurde es in Ostafrika halt trockener, Klimaveränderung und das Grüne wurde rarer und die Menschen haben dann auch Aas gegessen oder Würmer oder Eier. Da haben wir sie wieder, die Eier. Oder alles, was nicht schnell genug weglaufen konnte, weil wir sind eigentlich gar keine Jäger, also wir sind Sammler, ja, also mit diesen Händen hier, da kann ich ja kein Zebra erwürgen, ja, das kann man versuchen. Aber wir sind die langsamsten Läufer, also wir sind eigentlich das Opfer, aber wir haben Kleinkram gegessen und das war, da kam Beikost, tierische Beikost dazu und das ist das, was wir bis heute brauchen. Und dies wäre mir lieb gewesen, wenn man das ein bisschen mehr betont hätte und sagen, Leute, und auch bitte mal vielleicht in Richtung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, nehmt einmal das Wort artgerechte Ernährung in den Mund, ja. Für Biologen eine Selbstverständlichkeit, bewiesen, nachgewiesen und damit haben wir auch eine Erklärung, warum wir so essen sollten, das 75 Prozent, das entspricht unserem Stoffwechsel von früher und das tut uns gut, damit halten wir uns Krankheitenverbleiben. Und deshalb ist es eigentlich auch folgerichtig, dass man hier jetzt alles tierische ein bisschen reduziert hat, dass das Ei das Hauptopfer wurde, da muss man sagen, ja gut. Wir sind wieder beim Ei. Wir sind wieder beim Ei, genau. Woanders. Der Deutsche und sein Ei, ja genau. Ich habe das auch mal... Milchprodukte vielleicht. Ja genau, ich habe mir das auch hier mal ausgedruckt und lasse mir das aber gerne mal von Ihnen referieren auf Fachkundigen. Und ich muss nachtragen, natürlich haben wir heute auch, wie immer, einen Ernährungsmythos, eure Fragen und am Ende natürlich ein Rezept. Das habe ich eingangs vergessen zu erwähnen. Klar, wie immer. So, gehen wir... Umhaut, fangen wir an. Ja. Ah ja. Nee, Quatsch. Ah, Milch. Genug Ei. Genug Ei. Milchprodukte, wie sieht es mit Milch aus? Genau, also, da war so die vorherige Empfehlung, 700 Milliliter Gramm am Tag Milch und Milchprodukte. Da sind wir jetzt bei 500. Mhm. Ja, das ist weniger. Klingt aber viel. Finde ich auch. Aber wenn man jetzt Joghurt auch noch mit dazu nimmt, das ist relativ viel, würde ich auch sagen. Immer noch. Würde auch sagen, liebe Leute, besser ist es, ihr trinkt nicht 500 Milliliter Milch, sondern esst Edelmilch als Joghurt oder Kefir. Das ist die gesündere Variante von Milch. Und ich selber, ich trinke Milch tatsächlich ganz gerne. Ich bin ja so groß geworden. Das ist ja so eine Prägung. Ja, ja. In meiner Familie ist das so gewesen, dass man Milch getrunken hat. Und ich trinke manchmal ein halbes Glas Milch. Was ein tierisches Produkt ist, versuche ich das auch klein zu halten. Aber Joghurt, Quark, das kann man natürlich dann auch ergänzen. Zahlt Käse denn auch auf dieses Kontinienprodukt ein? Ja, das würde auch danach sein. Ja, dann sind wir schon schnell dabei. Kommen wir schon näher dran, genau. Aber da ist mir dann halt auch immer die Frage, esse ich jetzt hier ein Stück Bio-Käse? Oder, ich weiß, das wird mit hohem Energieaufwand hergestellt, oder esse ich Wurst? Ja, und dann bin ich ja beim Käse besser bedient als mit der Wurst. Auch gesundheitlich. Was uns zum nächsten geht, Fleisch- und Wurstverzehr. Genau, da haben die also gesagt, maximal 52 Gramm am Tag oder 300 Gramm pro Woche. Da gehe ich vollkommen mit d'accord. Habe ich auch immer schon gesagt, 200 bis 250, 200 reichen auch. Und vorher waren es 300 bis 600 Gramm. Das fand ich viel zu viel. Das habe ich nie geschafft. Und so viel Fleisch muss gar nicht sein. Wie gesagt, nochmal zurück, die Blende zurück. Wie war das Leben vor zwei Millionen Jahren? 600 Gramm Fleisch, das muss nicht sein. Die haben halt Kleintiere gegessen. Es war halt ein Beikonsum. Und 600 Gramm Fleisch, schon viel. Also das finde ich völlig in Ordnung. Und ich schaffe, glaube ich, die 300 Gramm noch nicht mal. Nein. Hülsenfrüchte. Ja, und das ist das, weil wir hatten, Oberbegriff war ja, 75 Prozent pflanzlich. Und wenn wir weniger Eiweiß durch tierische Produkte essen, das ist ja reduziert worden bei Milchprodukten, bei Fleisch, dann muss ich ja irgendwo Eiweiß herbekommen. Und das ist natürlich genial. Und das war auch überfällig. Tatsächlich, das ist toll. Liebe DGE, danke. Hülsenfrüchte hoch gewertet. Und da kann man sagen, so viel, wie man will. Aber Vorsicht, langsam aufstarten, sonst gibt es viele Blähungen. Da muss sich der Darm auch dran gewöhnen. Erbsen, Bohnen, Linsen. Ähm, wird empfohlen, ein Verzehr von 125 Gramm. Da sind wir in der... Ja? Jetzt steht hier Hülsenfrüchte, die früher zu Gemüse gezählt wurden und Nüsse, die zuvor zu Obst eingruppiert wurden. Was hat sich da geändert? Wo zählen Sie das denn dazu? Ja, also ich bin immer schon, ich finde das ist, ich weiß im Englischen hat man auch solche Unterscheidungen. Also Hülsenfrüchte nicht zu Gemüse, also das ist, also das ist einfach alt. Hülsenfrüchte ist für mich Gemüse. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, was alles, was für uns gesundheitlich okay ist und super ist, ja, das ist für mich Gemüse. Ich sage auch immer, Gemüse, da sind die Hülsenfrüchte für mich immer schon dabei. Hülsenfrüchte, Pilze, Nüsse, Samen, ja, das ist für mich der gesamte artgerechte Ernährungskoloss von 75 Prozent. Das, was wir essen sollten, das ist das Fundament unserer Ernährung, das gehört alles dazu. Und das muss man, das ist die artgerechte Basis, ja, und das muss man einfach noch ein bisschen klarer machen, weil wir sind hier schon wieder bei kleinteiliger Aufzählung, man muss einfach sagen, das ist die Basis, das Fleisch ist die Spitze, wenig und Eiweiß kriegt ihr eben von den Hülsenfrüchten. Super, das ist überfällig. Gut, extra aufgeführt wird Obst und Gemüse. Wir sagen ja jetzt Hülsenfrüchte, Samenüsse, die hauen wir da gleich mit in den Topf. Ja, ja, ja. Wie sieht es damit aus? Ja, genau, also ich glaube, für Obst muss man keine Werbung machen. Das essen die Leute, weil es süß ist, auch so gerne. Deshalb lasse ich es immer weg, weil das essen die eh. Also ich würde mal vielleicht auch den Satz prägen, wir können ohne Obst leben, aber nicht ohne Gemüse. Das ist durchaus denkbar. Und deshalb ist einfach, und Gemüse schafft ja keiner in der Menge, wie er sein soll. Und Gemüse gibt es keine Obergrenze, bis man satt ist. Und deshalb, ja, natürlich möglichst zuckerarmes Obst. Aber man muss doch mal dazu sagen, die deutsche Gesellschaft für Ernährung hat diese Empfehlung ja entworfen für 18- bis 65-jährige Gesunde. Und da stellt sich die Frage, wer ist denn noch gesund in Deutschland? Mit 60, es haben fast 80 Prozent Bluthochdruck. Deutschland ist nicht mehr gesund. Ein Drittel hat Diabetes oder die Vorstufe. Ein Drittel hat eine psychische Störung, ist psychisch krank. Und wenn wir das mal so durchdeklinieren, 10 Prozent haben Autoimmunerkrankungen. Wer ist denn noch gesund? Ja, aber an wen richtet sich das denn da? Und was ist mit den anderen? Sollen die das dann ignorieren oder gilt es für die abgeändert? Da gilt es dann abgeändert. Ja, wie denn? Also letztlich sind das Empfehlungen für eine Minderheit, für die schlanken, gesunden, deutsch zwischen 18 und 65. Die aber offenbar eh schon ganz viel richtig machen. Aber welche Empfehlungen gibt es denn dann für Menschen, die noch Nachholbedarf haben? Also wenn wir jetzt, dann gibt es Empfehlungen für Sportler, dann gibt es Empfehlungen für Schwangere und dann gibt es auch Empfehlungen für Ältere, weil dann ändert sich der Nährstoffbedarf. Und dann wird es differenzierter. Ja, das ist sozusagen nur basic. Und ich finde, das muss dann auch noch viel klarer werden. Ich hätte an diese Empfehlung einen Marketing-Spezialisten gesetzt und gesagt, mach was Schmissiges draus. Dann wäre diese leidige Eigenschichte nicht so hochgekocht. Die Amerikaner machen das immer. Das finde ich mal ganz toll, wenn die was Neues machen. Dann ist das mit einem Slogan versehen. Das kommt schmissig rüber. Das kommt auf die Homepage. Das wirkt wie, als hätte eine Firma das entworfen. Und da wird richtig gleich eine Kampagne draus gemacht. Und das bleibt hier so ein bisschen auf dem wissenschaftlichen, etwas drögen Niveau stehen. Und jetzt ist leider das Ei an der Spitze. Und damit finde ich, es ist toll, die Empfehlungen sind toll. Wie lange hat denn die DGE da dran gearbeitet? Oh, Jahre. Jahre. Ja, da muss man auch dazu sagen, dass diese Empfehlungen ein bisschen getrieben wurden. Und es gab ja die Eat Lancet-Studie, die vor ein paar Jahren die Lancet-Kommission, das ist in dem Fachblatt Lancet, in dem medizinischen Fachblatt Lancet veröffentlicht. Dort hat eine Kommission sich zusammengesetzt und gesagt, mit welcher Art der Ernährung können wir uns, unsere Grundtheit erhalten und gleichzeitig die Umwelt retten. Und das kam natürlich bei der, die haben weniger Fleisch empfohlen und das kam bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung dann halt so ein bisschen so an. Ja, da wirkte man ein bisschen altmodisch, weil man den Öko-Gedanken nicht drin hatte. So, dann haben sie sich halt auch hingesetzt und gesagt, jetzt machen wir den Öko-Gedanken damit auch rein. Bloß, das wäre jetzt nicht nötig gewesen, weil es die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, für gesunde Ernährung ist und nicht für ökologische Ernährung. Aber sie wollten dann auch diesen Umweltgedanken da reinbringen, verstehe ich. Aber am Ende muss man sagen, wenn es zu viele Menschen gibt, was es ja ist, und wir am Ende nicht mehr das essen können, was auch für uns gut ist, dann müssen wir auch mehr über Überbevölkerung reden und müssen über Geburtenkontrolle reden. Aber kommen wir denn jetzt irgendwann so weit, dass wir sagen, es ist nicht mehr genug gesundes Essen für alle da, jetzt müssen wir rationieren. Das ist ja schon die Vorstufe des Rationierens. Also die Ein-Ei-Politik und die starke Restriktion von tierischen Lebensmitteln. Ja, aber wenn der ökologische Gedanke sich da rein spielt, dann muss ich sagen, das ist nicht meine Aufgabe in erster Linie. Wir müssen uns alle darüber Gedanken machen. Aber wenn ich den Leuten in meiner Sprechstunde sage, weißt du was, du isst jetzt nur noch ein Ei, weil das ist für die Umwelt gesund, dann zeigen die mir den Vogel. Weil manchmal die Menschen essen nämlich gern, was sie gerne essen, weil sie Spaß haben beim Essen. Und das ist sehr theoretisch. Das ist für die Praktiker, die wir jetzt arbeiten, das ist das schlechteste Argument. Wenn ich sage, jetzt isst du nur noch ein Ei, weil das ist gut für die Umwelt. Macht keiner. Soll der andere. Ja, soll der andere, genau. Ich möchte dann am Samstag und am Sonntag ein gekochtes Ei essen oder so. Ja, das ist der Effekt dabei. Ja, wahrscheinlich. Also da hat sich die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ein bisschen treiben lassen. Ich wäre strikt dabei geblieben. Wir sind eine Gesellschaft für Menschenernährung. Und mal sehen, es wird nicht die letzte Revision sein. Aber was ganz toll ist und was notwendig und überfällig ist, die pflanzliche Betonung, weniger tierisches. Das haben wir auch lange so beraten schon. Also die Realität in den Schwerpunktpraxen für Ernährungspendien ist ja schon längst so, dass wir den Fleischkonsum schon längst reduziert haben. Wir sind da immer ein bisschen schneller. Wir gucken uns die Studien an. Wir müssen da nicht lange warten mit Gremien. Wir sagen bitte so wenig wie möglich. Und es gibt für tierische Produkte tolle Alternativen. Die Gemüse, klar, haben wir jetzt gesagt. Und Milchprodukte haben wir auch gesagt. Die sollten eben dann zusammen mit Fisch, Wurst und Eiern eben 25 Prozent ausmachen. Aber das ist natürlich alles sehr theoretisch. Wichtig ist mir, und das hätte ich hier noch mehr betont, die Deutschen haben einen Mangel an Ballaststoffen. Wo ist der Kram drin? Der ist in Nüssen, in Hülsenfrüchten, in Gemüse und im Samen drin. Davon müsst ihr essen, was das Zeug hält. Da habt ihr einen Mangel. Auf der einen Seite gesunde Fette fehlen und seid vorsichtig mit dem Fleisch. So ist es einfach, wenn man es kurz auf den Nenner bringt. Und ich glaube, ein Marketing-Spezialist hätte das noch viel kürzer formuliert. Und er hätte einen super Slogan draus gemacht. Ja, und irgendwie hübsche Bilder. Die hübsche Bilder. So Piktogramme oder irgend sowas. Ja, was man sich auch einprägt hat. Ja, ja, ja. Also ich bin ja selber Mitglied der DGE, aber passiv ist. Ich arbeite in den Kommissionen nicht mit. Aber ein bisschen weniger Wissenschaftssprache nach außen. Ein bisschen mehr abgeholt den Menschen, so wie er denkt. Und ich weiß, es gab ja auch viele Kollegen. Professor Haunauer aus München, der auch wirklich bedeutende Ernährungsmediziner hat, das mit dem Eierkonsum auch sehr kritisch gesehen. Als Bayer kennt er auch Hühner, die einfach durch den Garten laufen. Gut, aber jetzt hat nicht jeder im Mehrfamilienhaus irgendwie einen kleinen Vorgarten oder Hintergarten und ein paar Hühnerkratzen oder im Reihenhaus. Also das ist jetzt nicht ganz so verbreitet. Die meisten kaufen doch ihre Eier im Supermarkt oder auf dem Markt. Und da ist es klar, wer mehr Eier isst, muss weniger Wurst und Fleisch essen. Ja, okay. Jetzt sind Sie so ein kleiner Nestbeschmutzer, aber das kennen wir ja schon. Sie teilen ja ganz gerne mal aus, das macht auch nichts. Ist Ihr gutes Recht? Man muss mal was kritisch sehen, sonst kommen wir nicht weiter. Ja, absolut. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, sind Getränke. Ja, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung steckt ganz klar Getränke in den Mittelpunkt. Ungesüßter Tee steht da und Wasser. Das hört sich jetzt wirklich an nach Kloster. Kann man auch besser verpacken, finde ich. Wie wäre es mit, wie nennt es das, infused water? Also geschmacklich aufgepepptes Wasser. Heute hat mir eine Mitarbeiterin ihren Pfefferminztee mit Zitrone gegeben, mit dem Pfefferminz aus dem Garten, der gerade hochsprießt. Ja, also man muss ein bisschen sexy mehr wirken, weil Wasser und Brot hört sich das so ein bisschen an. Aber im Prinzip hat die DGE recht. Diese Limos, die Softdrinks, die beschädigen schon ab der Dosis von einer Dose am Tag unsere Gesundheit. Erhöhtes Risiko, Fettleber, Übergewicht und, und, und. Da habe ich jetzt noch gar nicht über Alkohol gesprochen, da müssen wir gleich. Das Problem ist ja, dass wir ein Übergewichtsproblem haben, weil die meisten sind übergewichtig in Deutschland und dann dürfen wir nicht auch noch durch Wasser, durch Flüssigkeit, Energie aufnehmen. Und hier diese Empfehlung von 1,5 Liter pro Tag ist einfach so auch kritisch zu sehen. Zu wen? Das reicht, ja, das reicht jetzt für Elisabeth Jessen, weil die wiegt auch nur 50 Kilo. Ja, 55, gut. Fishing for Compliment. Geschenkt, ja. Aber ich sage mal so, für eine 50 Kilo Frau, Anwesende ausgenommen, sage ich jetzt, ist das ausreichend, aber für einen 100 Kilo Mann nicht. Der braucht das Doppelte. Und da propagiere ich eben auch schon seit Jahr 0,03 Liter pro Kilogramm im Körpergewicht. Ja, das ist das Gewicht mal drei quasi und dann haben wir es. Ich wiege jetzt nicht ganz 75 Kilo. Das ist auch gelogen, eher ein bisschen weniger. Aber ja, also ich habe es angewiesen. Wir können doch hier ganz offen reden. Wir können ganz offen reden. Also heute Morgen waren es 72 Kilo. Also mal drei, dann sind es bei mir 2,2 Liter. Das muss ich auch trinken. Und bei Sport nochmal einen halben Liter mehr. Ich finde, das passt da schon rein in die Empfehlung. Ich weiß, bei den Sportler-Empfehlungen wird das noch differenzierter. Ja, aber das wäre die Empfehlung zu den Getränken. Da ist eigentlich, das bleibt so. Bitte keine Energie in den Getränken. Das macht euch dick. Und bitte keine Süßstoffe da drin, weil das stört eure Darmflora. Ich weiß, dass die Fachgesellschaften immer sehr vorsichtig argumentieren müssen. Dann kommt die Industrie und sagt, ja, die Studien sind aber gar nicht so aussagekräftig gegen Süßungsmittel. Doch, ja, aber okay. Also kein Süßstoff da rein, das ist auch nicht gut. Das fördert auch Übergewicht und Diabetes in den Studien. Ist es jetzt der Beweis? Weiß ich nicht. Aber man muss es den Leuten sagen, dass wir solche Studien haben, bei denen die Leute mit Süßstoff trotzdem dicker werden und die Darmflora geschädigt werden. Will man das? Muss jeder selber entscheiden. Und dann haben wir den Chips und den Alkohol noch. Das wird ja richtig erwähnt. Ja, die ungesunden Sachen. Willen Sie mal, ist da die Empfehlung? Ja, da gibt es hier, also ich muss es einfach mal kurz zitieren, weil es tatsächlich, wenn man das denn liest, da steht Süßes, Salziges und Fettiges besser stehen lassen. Das ist einfach ausgedrückt. Ja. Maximal 8 Energieprozent. Was heißt das? So, Frau Jessen. Jetzt bist du dran. Ja. Ja, nun das ist natürlich sehr theoretisch. Aber wir bringen es mal auf den Nenner, was die DGE meint damit. Das ist die Finger davon. Ja, ja, so habe ich das auch verstanden. Aber wenn ich in den Supermarkt gehe, dann sind die Regale voll davon und man kauft das schon mal. Sie sich? Doch, ich schon. Ich auch, ich auch. Ich versuche dann die Bio-Variante zu nehmen. Das ist egal, das macht es nicht gesünder. Und die Chips sind auch nicht besser. Am Ende sind sie hoch erhitzt. Wir haben das Problem der Acrylamide. Bei diesen hoch erhitzten, mögliche Beschädigung des Körpers. Dann haben wir Salz da drin in jeder Menge. Dann haben wir Kohlenhydrate. Wenn wir Glück haben, ist es Sonnenblumenöl. Also schlechte Fette. Tatsächlich ist es so. Und die 8% Energieprozent, die 8 Energieprozent, das weiß ja natürlich so keiner. Ich würde sagen, wie setzt man das um? Möglichst nicht. Nicht täglich. Und dann reduziert einfach die Portionsgröße. Und versucht euch Alternativen darüber hinzulegen. Denkt vielleicht nochmal an die Nüsse. Oder macht euch leckere Chips aus selber. Z.B. Grünkohlchips. Total lecker. Gibt es aber auch nur im Winter. Kann man jetzt gar nicht mehr machen. Ja, genau. Oder nimmt anderes Gemüse, was man dann im Backofen als Chips umarbeitet. Mal versuchen. Vielleicht gefällt es in der Familie. Aber ganz wichtig, damit man abends vorm Fernseher nicht erst richtig Appetit kriegt, muss man wirklich sich abends satt essen. Sei es auch, indem man zusätzlich noch ein Ei isst. Und dann, da sind wir bei dem Sattmacher-Ei. Der dann möglicherweise die Snacks abends verhindert. Und dann heiligt der Zweck die Mittel. Oder wie heißt das? Andersrum, ne? Ne, der Zweck heiligt die Mittel. Der Zweck heiligt die Mittel. Ja, ja. Ich überlege gerade, es wäre schade, dass wir heute keine Eier hier haben. Und wir würden jedes Mal eins durchs Bild rollen lassen, wenn sie das Wort Ei benutzen. Weil ich glaube, es ist heute das meistgenannte Wort. Es scheint Herrn Riedel sehr umzutreiben. Aber er hat ja auch für viel Medienecho gesorgt, das gebe ich zu. Genau, das müssten wir ja auch mal ein bisschen klarstellen. Und dann haben wir zum Schluss, glaube ich, den Alkohol. Ja, es gibt tatsächlich, und das ist die traurige Nachricht. Ich sage jetzt nicht, ihr dürft nicht. Sondern die traurige Nachricht ist, es gibt keine unbedenkliche Menge für Alkohol. Das ist leider so. Ich habe das große Pech oder das große Glück, dass ich Alkohol eigentlich kaum vertrage. Ich schlafe danach irre schlecht. Auch schon nach einem halben Glas Wein. Das ist leider so. Ich bin empfindlich geworden. Und meine Speiseröhre verträgt das nicht in meinem Magen. Also insofern trinke ich relativ wenig Alkohol. Sehr, sehr selten. Ich schnippe bei meiner Frau manchmal mit. Und bei Feiern trinke ich manchmal auch ein Glas. Aber das bekommt mir leider nicht. Aber das Glück hat ja jetzt nicht jeder. Genau, das Glück in der Anschluss. Aber tatsächlich ist es so. Alkohol, natürlich ist es Energie. Alkohol schädigt die Leber. Alkohol schädigt die Nerven in höherer Dosis. Alkohol ist mit einem höheren Risiko für Herzrhythmusstörungen assoziiert. Und mit einem zunehmend steigenden Risiko für Krebs. Weil Alkohol des Gewebes schädigt. Und so, das ist das Problem. Und man kann nicht sagen, diese Menge Alkohol ist völlig unbedenklich. Die kann man leider nicht definieren. Deshalb muss man das einfach klein halten. Und das sagt auch die DGE so. Das sagt die DGE so, ja. Nicht nur sie, ja, ja. Das ist leider so. Da habe ich leider keine Entwarnung. Ich glaube, das werden wir auch nicht mehr erleben, dass das kommt. Nein. Aber, ja, ist halt so. Und auch Wahrheiten muss man leider, muss man auch vertragen. So, und man kann ja auch gesund leben sonst und sich mal ein Gläschen gönnen. Gläschen täglich. Da fängt das schon an, kritisch zu werden. Und wirklich dauerhaft täglich. Und am Wochenende noch ein bisschen mehr. Das ist nicht zu empfehlen. Und ich erinnere mich ja an eine Studie. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo die stand. Da hieß es, da hat man Frauen untersucht und geguckt, wann sind Frauen, wann ist das Hautbild einer Frau am schönsten? Das war so Donnerstag, Freitag. Und der Grund, den man in dieser Studie gefunden hat, war ja, das war der wochenendliche Exzess von Alkohol, das sich dann am Montag gezeigt hat und sich langsam erholt hat zum Beginn des Wochenendes. Vielleicht ist das auch eine Motivation, da vorsichtig zu sein. Macht das wirklich so einen Unterschied? Ich habe es jetzt gerade gelesen, ein Kollege hat geschrieben, dass er drei Monate lang auf Alkohol verzichtet hat. Und der hat auch als einen Effekt beschrieben, seine Haut sei so viel schöner. Ja, das kann sein. Das kann tatsächlich sein. Also das macht wirklich was aus. Ja, macht schon was aus. Ich weiß nicht, wenn Patienten bei mir reinkommen, es ist ja so, ich kann ja nicht nichts sehen. Wenn ich Menschen sehe, dann sehe ich Fußfehlstellungen, schiefe Knie und was nicht alles. Der Rücken und so. Aber kommen Patienten zu mir rein? Bildet sich bei jedem Arzt, wenn er die Menschen anguckt und nicht in seinen Computer guckt. Ich mache das noch. Dann weiß man, ich weiß, wie es ihm geht. Ich weiß in dem Moment, ob er depressiv ist oder nicht. Ich kann den Alkohol- und Nikotinkonsum erahnen am Gesicht. Das ist irgendwas mit Intuition auch. Wir haben auch Hinweise darauf natürlich. Aber ich sehe das und wir sehen vieles andere mehr. Und damit gehe ich, wenn ich sehe, wie der Patient ins Zimmer reinkommt, weiß ich schon eine ganze Menge über ihn. Und dann kann ich das Gespräch auch so anfangen. Ich fange dann ganz bestimmt nicht lustig an. Ich sage, na, ist doch alles super heute. Wenn es wirklich gut geht. Ich merke, oha, 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 heute musst du mal ganz vorsichtig anfangen. Wie bin ich hier reingegangen heute? Wie immer strahlend und glücklich. Ja, bin ich auch. Ist auch ein guter Tag. Die ansteckende Elisabeth jetzt in gute Laune, nicht tot zu kümmern. Ach ja, weiß nicht. Nee, aber ich finde, die große Kunst ist ja, die Dinge wertzuschätzen, die immer schön sind am Tag. Und nicht das, was einen runterzieht. Richtig, man sollte abends einmal sich, also ich sage es auch, meine Frau und ich, wir arbeiten ja in den selben Firmen. Und dann, wenn wir dann abends nach Hause kommen, viel zu spät häufig, dann natürlich musst du mir was erzählen, was ich wissen muss. Wir bremsen uns dann aber immer und dann sagen wir, nach 19 Uhr wollten wir nicht mehr. Und dann ist sie auch sofort still. Wenn ich das durchbreche, sagt sie es auch und wir sind sofort still. Es gibt dann keinen Streit darüber. Phasenweise gab es mal einen Streit, dann sagte sie so, ja, aber du hast mir das ja auch gerade erzählt. Nee, wir akzeptieren das und es ist wichtig. Und dann sage ich, was war denn schön heute? Und das hilft uns dann auch rauszukommen. Sonst ist man nämlich schnell beim Gläschen Wein. Weil irgendwie will man ja auch runterkommen, weil das Gläschen Wein bringt einen ja auch runter. Das macht ja auch, Wein ist, also dieser Alkohol ist angstlösend. Und das ist das, wo viele ja auch dann in die Abhängigkeit reinrutschen. Wenn sie sagen, also mit dem Gläschen Wein am Abend geht es mir richtig gut, die ganze Angst des Tages, die Anspannung ist weg. Das ist doch schön, ne? Also es gibt halt, wenn man so ein Paar ist, wo das so institutionalisiert ist, dass man abends eine Flasche Wein aufmacht, dann glaube ich, trinken auch beide mehr. Wenn man aber einen Partner hat, der nicht so gerne trinkt, dann gibt es die Flasche Wein abends nicht. Bei uns gibt es halt, wir freuen uns manchmal richtig drauf, eine Flasche aufzumachen. Allerdings nicht Wein, mein Mann ist ein großer Fan von Aperol Spritz. Und dann gibt es halt für ihn Spritz und ich trinke dann irgendwie ein Cremant Pur. Aber wir freuen uns da richtig drauf und tun es in der Regel eigentlich nur, wenn wir mit Freunden zusammen sind. Dann trinken wir und dann trinke ich das auch gern, das muss ich schon sagen. Ich auch, ich habe neulich auch gerade einen Sechserpack Bier rausgeholt aus dem Schrank, der ist letztes Jahr abgelaufen. Ja, sowas. Ich trinke das auch nur im Sommer, wenn es warm ist, ab und zu mal, ist ja alkoholfrei. Aber das wird bei mir auch fürchterlich alt und die Flasche Wein steht auch ewig und wird staubig. Ach übrigens, eins muss ich noch sagen, Schwangere, da gilt die null Tropfen, wir sind ja nicht mit Verboten unterwegs, aber hier muss man sagen, bitte nicht, das Kind kann durch einen Tropfen Alkohol schon, wenn es in einer empfindlichen Teilungsphase ist, geschädigt werden. Das Thema hatten wir auch schon mal. Das hatten wir auch schon und ich habe da auch mehrere Berichte noch hinterher geschrieben. Es ist wirklich ein großes Drama und das müssen wirklich alle ernst nehmen. Für Schwangere oder Frauen, die es werden wollen, 0,0 Promille, wirklich. Schon vor der Schwangerschaft. Ja, genau. Gut. Jetzt haben wir aber noch einen Ernährungsmythos zum Thema Alkohol, nämlich Alkohol verkocht in der Soße. Stimmt das? Nein oder ja, wenn man es mehrere Stunden lang kocht, dann muss man es aber richtig lange kochen, das tut ja keiner. Nein, da ist dann noch Alkohol drin, der Effekt des Auskochens wird überschätzt. Deshalb, mein Rat, Schwangere, Kinder und Menschen, die alkoholabhängig waren, die sollten von Wein in der Soße Abstand nehmen. Gut. Also, nach dem Auto ist es rausgekocht. Das gilt nur, wenn ich das fünf Stunden lang vor sich hin brodeln lasse. Wenn ich im Sterner-Restaurant bin, die den Schuh dann wirklich tagelang kochen. Und dann kann ich das auch essen ansonsten zu Hause, Finger weg vom Alkohol, auch in der Soße. Ja, man weiß es aber nicht, ob sie es wirklich ordentlich lang gekocht haben. Nein, Finger weg. Ja, Finger weg. Ihr habt uns auch wieder Fragen gestellt, die wir ja nach und nach abarbeiten. Simon hat uns geschrieben. Ich lese mal vor. Was empfiehlt Herr Riedel bei Essen aus Langeweile, vor allem abends vor dem Fernseher? Und kann man durch die Ernährung eine Überversorgung mit Vitaminen und Nährstoffen bekommen? Dies ist ja die Warnung, wenn man Pillen schluckt, wobei dort die sekundären Pflanzenstoffe fehlen. Mich würde interessieren, ob dies auch durch Nahrungsmittel möglich ist oder eher unwahrscheinlich. Genau. Durch Nahrungsmittel ist eine Überdosierung unmöglich, weil tatsächlich in der kompakten Weise, wie es uns angeboten wird in den Nahrungsmitteln, das ist seit Millionen von Jahren erprobt. Das kann nicht schädlich sein, es sei denn, man isst Giftpflanzen. Ja, weil man muss ja eins klar sagen, die sekundären Pflanzenstoffe, die für uns so gesund sind, sind eigentlich dosierte Gifte. Also die Pflanzen setzen sie als Gifte ein, um sich Fressfeinde vom Leib zu halten und bei uns sind diese Gifte eher positiv. Aber wenn man die jetzt extrahiert, rauszieht aus der Pflanze, hochdosiert und isoliert anwendet, dann wissen wir nicht, ob das nicht vielleicht sogar negative Wirkung hat. Ja, weil alles aus der Pflanze ist nicht automatisch immer gut. Wir haben auch schon Naturheilprodukte gehabt, wo man eigentlich gesunde, sekundäre Pflanzenstoffe extrahiert hat, hochdosiert gegeben hat und dann gab es Leberschädigungen. Also nichts Künstliches, immer in der Naturversion essen, dann sind Überdosierungen ausgeschlossen. Und meine Haltung zu Nahrungsergänzungsmitteln, wenn ich nicht einen nachweisbaren Mangel habe, den hatte ich ja schon häufiger mal dargelegt. Und ja, Essen aus lange Wahl. Genau, das war ja eine zweigeteilte Frage. Erstmal Simon, super, dass du das überhaupt wahrnimmst. Weil tatsächlich sollten wir uns auch überlegen, warum essen wir. Es ist der Seelenhunger, das ist überhaupt kein Hunger. Und wir unterscheiden ja so in Seelenhunger, Augenhunger, ich gehe über den Hauptbahnhof und sehe da was. Ich sehe da diese silberne Möwe, sagte neulich mal ein Patient. Für mich wusste ich gar nicht, was er meinte, diesen Imbiss. Und ich sehe das und werde darauf konditioniert, ich sehe das und möchte so einen Burger essen. Das ist Augenhunger, ich habe keinen Appetit. Ich habe vielleicht gerade Mittag gegessen, aber das ist danach. Die Werbung macht das so. Aber schön, Langeweile, Traurigkeit, das sind häufige Gründe zu essen. Und wenn man das erkannt hat, ist das der erste Schritt. Also, wenn das aber so ist, kann es auch sein, dass man doch vielleicht ein bisschen hungrig ist. Dass die Hauptmahlzeit davor einen richtig gesättigt hat. Dann würde ich da nochmal versuchen, den Gemüseanteil zu steigern oder Eiweißanteil, wenn er zu tief liegen sollte. Und da auch nochmal, ist es Essen aus Langeweile oder ist es Eiweißmangel oder ist es Mangel an Sättigung? Einfach mal die Analyse MyFoodDoctor App machen und zu gucken, wie war der Eiweißgehalt da? Oder sich selber ausrechnen, das kann man machen. Aber wenn es tatsächlich rauskommt, das war genug Eiweiß und es ist bei mir ein bisschen Langeweile oder auch Gewohnheit gibt es auch. Immer wenn ich mich aufs Sofa setze, dann würde ich über Alternativen nachdenken. Das Gemüse-Sticks mit so einem Joghurt-Kräuter-Dip beispielsweise ist total lecker. Oder Chicory-Blätter. Einfach schon mal ausprobiert. Das haben wir jetzt neulich in einer E-Docs-Folge genommen. Chicory-Blätter, die sind total knackig, haben Bitterstoffe. Wenn man die knackert, das Gemüse selber, die Bitterstoffe machen uns satt. Einfach mal ausprobieren, ist total lecker. Ich mag Chicory. Wer Chicory so noch nicht häufig hatte oder nicht im Salat hatte, einfach mal ausprobieren. Und dann Nüsse natürlich. Nüsse sind jetzt ein bisschen näher an diesem, was man abends eigentlich so vor sich hin knabbert. Chicory. Ja, wobei... Ich kenne niemanden, der sagt, ich bin abends irgendwie ein bisschen Chicory-süchtig vom Fernsehen. Nee, aber mal die nächste Staffel Ernährungs-Docs abwarten, da führen wir das einmal vor. Mal sehen, wir haben es jetzt gerade angeboten. Ich bin auf den zweiten Dreh bekannt. Gespannt, ob das auch wirklich gut ankommt. Aber es ist schon mal soweit gespoilert. Es hat einem Snacker, der auch gern abends noch mal was gegessen hat, gefallen. Mal sehen, ob er das beibehält. Aber Nüsse, Mandeln natürlich, klar, die aktivieren unsere innere Abnehmenspritze. Wir wissen, der Blutzuckerspiegel geht flach hoch. Also unbedingt, das würde ich mal versuchen. Und Stichwort Nudging. Also Nudging ist so ein Ding aus dem Marketing, wo man sagt, diese Quengelgasse vor dem Supermarkt, der Kasse, da wird nochmal dies angeboten und das angeboten und so. Warum nicht Nüsse stehen lassen dort auf dem Wohnzimmertisch? Mandeln, schöne frische Mandeln, nicht zu viele, dann werden sie ranzig, dann isst man sie nicht mehr und dann bleiben sie da ewig stehen und so gewöhnt man sich das ab. Nur so viel hinlegen, ja, die Mandeln, die altern ja auch. Immer schöne und guten Hersteller nehmen, das ist total lecker, ich liebe das. Und ich esse, wenn ich Langeweile habe oder gestresst bin, dann kriege ich häufig Appetit durch Stress, dann esse ich Mandeln. Super Sache. Dankeschön. Dann hat uns Anke geschrieben. Und zwar möchte sie gerne wissen, wie gesund ist Kokosöl? Wie verhält es sich überhaupt mit den Vorzügen von mittelkettigen Fettsäuren? Können Sie dazu etwas sagen, gerade im Hinblick auf Menschen mit neurodegenerativen Erkrankungen? Also, die mittelkettigen Fettsäuren haben den Vorteil, dass sie ohne großen Enzymaufwand vom Körper so aufgenommen werden können. Das ist einerseits ein Vorteil, das setzt mir aber bestimmte Krankheiten ein. Aber letztlich ist Kokosöl von der Komposition Omega-3, Omega-6 kein empfohlenes Fett. Ich würde es einsetzen, wir setzen es in Ernährungstherapie gezielt manchmal ein, bei Verdauungsbeschwerden. Aber das ist dann so eine spezielle Indikation. Wenn es zum Gericht passt und es so einen Tropical-Geschmack haben soll, dann ja. Ansonsten dafür ja. Aber sonst würde ich es näher nicht wählen. Und hier im Zusammenhang mit den neurodegenerativen Erkrankungen? Ja. Also, ich glaube, es gibt da irgendeine Studie, die hat der Anke auch mitgeschickt. Aber wie stichhaltig ist die? Also wie, oder gilt grundsätzlich, wie Sie gesagt haben, Kokosöl eher herlassen? Ich würde es eher lassen und nur in Zusammenarbeit mit einem Ernährungstherapeuten anwenden. Tatsächlich, gerade bei neurodegenerativen Erkrankungen, wo es ja auch Entzündungen gibt, ist der Omega-3-Gehalt der Fette dann wichtiger als die Aufnehmbarkeit im Darm. Deshalb wäre da genau die Umkehrung des Arguments, ja, weil es eine neurodegenerative Erkrankung ist, dann bitte Omega-3-Anteil hochschrauben. Und das erreiche ich eher nicht durch Kokosöl. Okay. Danke. Ja. Dann hat uns Uschi geschrieben. Uschi schreibt, ich habe zwei Kinder, fünf und acht Jahre alt. Die schlank und sportlich sind, allerdings auch sehr gerne snacken. Wie viele Mahlzeiten pro Tag sind denn bei Kindern empfehlenswert und wie viele noch vertretbar? Also tatsächlich Sport, also Kinder wachsen und durch drei Mahlzeiten kriegt man das häufig nicht hin, gerade wenn sie sich auch viel bewegen. Da sind tatsächlich Zwischenmahlzeiten zu ergänzen, die Hauptmahlzeiten durch Zwischenmahlzeiten ergänzen und erlaubt und wünschenswert. Das ist ganz was anderes. Jetzt müssen wir mal darüber nachdenken, da sind jetzt auch schon 15 Prozent der Kinder zu dick. Das ist jetzt nicht der Fall. Offenbar nicht, die bewegen sich ja. Genau, da würde ich dann hier, da muss man aber anders das Ganze betrachten. Aber hier ganz klar die Frage, wie viele Mahlzeiten, zwei Zwischenmahlzeiten völlig in Ordnung und die brauchen auch Kohlenhydrate. Und wenn man das gesund gestaltet, alles gut. Die sollen ja auch wachsen. Ja, dankeschön. Und satt werden. Satt werden auch. Wenn sie nicht satt werden und das ist jetzt so, wenn Kinder nicht satt werden, dann wollen sie was naschen. Ja, und dann nehmen sie was gerade da kommt. Ja, und dann laufen sie auf die schiefe Bahn, nenne ich das jetzt mal. Für mich als Ernährungsbezieher ist das die schiefe Bahn, ja. Jetzt würde ich mich über ein schönes Rezept freuen zum Abschluss. Ja, da habe ich auch was mitgebracht. Wir haben ja heute Thema gehabt, also hier, ich habe mit meinem Team zusammen, es ist ja immer so, wir haben die 100 genialen Tricks für eine gesunde Ernährung zusammengestellt. Und es ist ja immer so, das ist meine Erfahrung auch aus wirklich den Jahrzehnten in der Ernährungstherapie. Wir Menschen wollen und müssen es einfach haben, sonst läuft es nicht, ja. Je einfacher, desto besser. Es ist so, bei mir ist das das Gleiche. Wenn ich ein neues Gerät habe mit einer Bedienungsanleitung, oh, das quält mich. Ich brauche es einfach. Am besten eine Bedienungseinleitung, wo ich es verstehe, ohne viel zu lesen. Und das ist quasi eine Bedienungseinleitung für gesundes Essen, ohne viel zu lesen. Wir haben verschiedene, also 100 Hacks, Tricks, wie man heutzutage, oder Hextricks, genau, zusammengestellt, wo die man so ganz einfach einmal so für sich arbeiten kann. Küchenkräuter zum Beispiel, was man damit machen kann. Nochmal ein Update zu goldener Milch. Oder wie schaffe ich es mir, Gemüse reinzubringen. Das sind nur so Beispiele. Und was bringt rote Farbe auch für uns. Oder Superfood nochmal beleuchtet. Und die Idee ist es, dass nicht jeder diese 100 Tricks durchführt, sondern die raussucht, die 5, 6, 7, 8 oder 10, die passen. Oder 2, die er derzeit durchführt. Und wenn das gut läuft, Buch beiseite legen, hervorholen und nach weiteren Tricks suchen. Mehr, wenn wir ganz ehrlich sind. Also zwischen Steuerberatung, nerven den Kindern, Gynäkologiebesuch und einkaufen und Essen kochen und der Feier am Wochenende und vorbereiten. Ich meine, ganz ehrlich, wir sind doch, also viele sind am Limit. Und da habe ich jetzt was ganz Tolles. Jetzt können wir wählen zwischen dem Chicorée, dem gegrillt, dem Grill-Chicorée, da habe ich ihn wieder. Ja, da bin ich, ich liebe Chicorée, also gerne. Pass auf, Pizza mit Bohnenboden, was soll ich nehmen? Wir nehmen den Chicorée, weil Pizza mit Gemüseboden hatten wir schon mal. Hatten wir schon mal, genau. Oder Haferboden, ja, hatten wir schon. Quark, Käse, Pizzaboden, super, mein Favorit. Aber wir nehmen jetzt Grill-Chicorée, weil die Grillsaison steht ja bevor. Und Grill-Chicorée mit Bohnensalat, ich habe Chicorée eben gerade schon gewürdigt. Chicorée enthält auch einen ganz besonderen Ballaststoff. Wir haben ja zu wenig Ballaststoffe im Essen, nämlich Inulin und die Bitterstoffe. Also beides wirkt sozusagen sättigend und es macht Sinn, in viele Essen einfach mal eine Chicorée mit reinzubringen. Und das ist eben Bohnensalat, super. Also es geht gar nicht besser, weil das ist ein Premium-Gericht, weil wir haben Hülsenfrüchte da drin. Gegen Übergewicht, gegen Diabetes wirkend, das ist wirklich Premium. Also wir haben dann auch Paprika noch dabei, wir haben unheimlich viel Gemüse. Wir haben eine kurze Zubereitung. Balsamico esse ich noch dabei, bisschen Süße zusammen. Mit der Säure des Balsamicos. Und das ist ein ganz schnelles Gericht. In 20 Minuten fertig. Wie gefällt es Ihnen? Sehr lecker, mag ich alles, was drin ist. Ja, bis auf Schafkäse ist nicht so mein Favorit. Würde ich wahrscheinlich Mozzarella nehmen, den mag ich. Oder vielleicht auch Parmesan drüber streuen. Oder weglassen, kann man auch, geht auch. Schmeckt aber, glaube ich, gut. Gibt eine gute Würze. Und sonst würde ich sagen, bin ich froh, dass ich das zum Abendbrot essen darf und nicht auf dem Sofa knabbern muss, den Chicoré. Diese Serienliebe ist nicht mein Sofa snack. Aber wenn du ihn vielleicht einfach mal so in den Chicoré reinbeißt. Ja, mag ich es sehr gerne. Nein, ich mag Chicoré wirklich sehr, sehr gerne und ich habe ihn auch immer zu Hause. Und hier ist es, also das ist immer zu Hause, ja super. Ja, weil ich ihn regelmäßig esse, weil ich ihn sehr, sehr gerne mag. Na, also dann habe ich ja hier offene Türen eingerannt. Wer Chicoré noch nicht im Kühlschrank hat, jetzt wird es Zeit. Und vor allen Dingen, ist ein Grillgericht, ja. Also für, wir haben ja deutsche Gesellschaft für Ernährung, weniger Fleisch. Mehr Gemüse. Und eins noch, so ein kleiner, wer jetzt noch nicht heiß ist, auf dieses Gericht und auf diese 100 Hecks. Man kann tatsächlich, also man muss jetzt nicht alles verteufeln, man kann seine Grillwurst und sein gegrilltes Fleisch, also das hat ja negative Wirkungen für uns, das ist möglicherweise krebserregend, ja. Das kann man neutralisieren mit einer entsprechenden Menge Gemüse, die ja gegen Krebs wirkt. Und deshalb muss ich sagen, also bringt auch, das ist ja auch, Frauen haben da eine größere Affinität zu sowas, bringt auch mal sowas mit zum Grillen. Und damit kann man sich sozusagen den ungünstigen Effekt des Grillfleisches neutralisieren. Das ist sozusagen, das ist ein Versprechen, für das es auch Studien gibt. Noch ein Grund, auch mal was anderes zu grillen außer Fleisch. Ich finde zum Beispiel, wenn man Halloumi grillt, das ist zum Beispiel auch eine tolle Gruppe, die ich mir gut vorstellen kann. Genau, man könnte hier statt des Schafskäses tatsächlich auch Halloumi grillen und dann haben wir gegrillten Chicory. Gute Idee. Tja, ich kann ja auch ein bisschen kochen, aber ich freue mich immer sehr über die Anregungen hier, weil manchmal steht man halt zu Hause und denkt, mein Gott, was mache ich denn heute oder was mache ich morgen und dann ist es immer schön und auch um mal seine Freunde zu überraschen, wenn es mal was anderes gibt als das Geübte. Ja, und dann vielleicht auch mit dem Prädikat der Ernährungsglock, der Ernährungsglock hat es in Polen. Ja, nur die hören uns, viele von denen hören uns zu und kriegen das sowieso immer ganz live mit. Die wissen das schon. Ja, ich freue mich wieder, dass ihr zugehört und zugeschaut habt und wenn ihr uns auf Insta folgen wollt, dann gibt es den Insta-Kanal So geht gesunde Ernährung. Da veröffentlichen wir dann auch wieder das Rezept zum Nachkochen und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und herzlichen Dank, Herr Dr. Riedel. Und von meiner Seite noch, wenn ihr mehr Informationen rund ums richtige, schöne, leckere, gesunde Essen haben wollt, folgt mir auf den Social-Media-Kanälen oder schreibt euch ein in den kostenlosen Newsletter auf myfooddoktor.de und damit bleibt ihr immer informiert. Wir haben wirklich ein super Newsletter mit tollen, frischen Angeboten. Mein Team ist da sowas von aktiv. Ich freue mich immer, wenn der Newsletter kommt, obwohl ich weiß, was drinsteht. Ich lese ihn immer nochmal durch. Danke. Die nächste Folge vom Ernährungs-Doc hören Sie am Montag in zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.